Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wifo Bays, Insel der Verdammten. Ich bin's wieder, euer Taralom LP. Und ich hab jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht und dachte mir jetzt einfach mal, scheiß drauf, ich zeig euch, wie ich hier einfach verkack, irgendein Scheißbau oder sonst was. Die, die es nicht sehen wollen, müssen jetzt damit leben. Ja, kann ich leider nicht ändern. Und die, die es sehen wollen, freut euch. Ja, ich hoffe, dass meine Framework jetzt nicht zusammenbricht, da ist nebenbei noch ein Video-Render. Und ja. Ja. Ähm. Was hast du da gerade gemacht? Will ich jetzt nicht. Hä? Du hast es doch gerade gemacht. Will ich jetzt nicht. Loll. What the fuck? Okay. Ja, ähm. Hä? Was ist denn hier jetzt los? Wom packt denn der hier durch den ganzen Raum? Total merkwürdig. Äh. Um zurückzukommen, äh. Ich. Hab. Ich wende gerade mein, äh, neues Video. Ja. Deshalb könnte das in meine Framework zusammenbrechen. Aber bisher sieht alles noch gut aus. Und. Ich hab keine Ahnung, was ich fragen könnte. Okay. Part 33 von Arcania. Schaut's euch an. Super Video. Heh. Um hier ein bisschen Schleichwerbung reinzubringen. Ja. Hm. Hm. Sonst gibt's hier auch nicht. Äh. In diesen paar Tagen hab ich natürlich auch wieder vergessen, was ich alles ausprobiert hab. Deshalb einfach von vorne, ne? Weil's so viel Spaß macht. Äh. Und warum ist der jetzt eigentlich auf die Toilette gegangen? Das ist doch total merkwürdig. Macht der das plötzlich? Will ich jetzt nicht. Eher, wenn ich jetzt Doppelklick mach, oder was? Ich hab nur Doppelklick gemacht und schon ist er auf die Toilette gegangen. Auch warum hat es einmal gemacht und dann mal zweitmal nicht mehr? Hm. Besonders war das nur bei der Toilette, die irgendwie was schwarzes da drin hatte. Ich will ja nicht wissen, was das war. Ja. Okay. So. Äh. Was war denn unser Problem nochmal? Mein Muttergehirn muss jetzt wieder arbeiten. Ach ja. Wir brauchten ja ihre Strümpfe. Und wir kommen nicht in ihre Wohnung rein, weil dieser Verrückte davor steht. Und den bekommen wir nicht mehr. Genau. Das war unser Problem. Was macht man da jetzt? Mal gucken. Der sitzt hier immer noch auf der Toilette. Hat auch nicht viel zu sagen. Will ich jetzt nicht. Ach so. Ja. Ist ja logisch. Gehen wir mal wieder. Dann schauen wir jetzt einfach mal jedes Haus nochmal durch. Und auch jeden Bildschirm hier. Dicke Liane. Die wachsen so hoch wie die Klippen. Definitiv zu hoch zum Klettern. Aha. Klippenrand. Über die Klippe komme ich da niemals hoch. Vielleicht schaffe ich es ja durch die Spalte. Ja. Wir wissen ja schon, wie man da hochkommt. Da waren wir ja schon überall oben. Aber warum können wir das jetzt erst anklicken? Ähm. Ich suche hier gerade verzweifelt nach Dingen, die ich anklicken kann. Weil ich hier irgendwo was vergessen habe, das ich anklicken kann. Hier ist nur ein Stein. Ja. Aber anscheinend bei dem Screen hier jetzt nicht. Vielleicht noch irgendwo anders. Das ist, äh, ähm die Kabine von unserer Yukiko oder keine Ahnung wie sie heißt. Falls ich sie gerade falsch genannt habe. Hier steht überhaupt keine Toilette, oder? Oder? Hm. Ob ich den Raum nochmal von der anderen Seite ziehe. Man sieht hier ja die ganzen äh Orte immer wieder in anderen Bildschirmen. Perspektiven. Ich habe keine Ahnung, was ich fragen könnte. Wäre auch hilfreich, wenn sich deine Lippen bewegen würden, während du redest. Ich glaube, dann versteht man dich besser. Aber okay. Äh. Gehen wir mal hier lang. Hier ist die Kabine von unserer Frau. Ich habe keine Ahnung, was ich fragen könnte. Und er will dort ja jetzt nicht weggehen. Hier irgendwo vielleicht ein Hintereingang oder irgendetwas, das ich machen kann. Das ist unsere Kabine. Ähm. Ich habe ja auch gehört, dass es hier irgendwo ein Messer in der Kabine gibt. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich, ja, aber vielleicht. Dann kann ich den einfach hinterrücksier erstechen, damit ich an die Strümpfe komme. Ja. Ich töte Leute für Strümpfe. Genau. Ich kann mich auch nicht weiter. Nein, nein, du, nein, nein, ich renne, böser Junge. Ich wollte einfach nur das Inventar weiter scrollen oder versuchen, es weiter zu scrollen, aber erinnert natürlich gleich in die nächste beste. Will ich jetzt nicht. Will da rein. Will ich jetzt nicht. Warum geht er jetzt nicht mehr auf die Toilette? Das ist ja doch vorhin, das hat er vorhin gemacht. Stell dich mal davor, vielleicht machst du es dann. Will ich jetzt nicht. Warum? Musst du nur hin und wieder aufs Klo oder was? Oder, hä? Das check ich nicht. Ich bin zu blöd für. Gehen wir mal in die Richtung. Ach, hier waren wir schon. Dann gehen wir jetzt in die Richtung. Ach, auch ganz was Neues. ähm, okay, dann, nochmal kurz abgesucht, ob sie irgendwas gibt, das ich vergessen habe. Ähm, geht nicht so aus. Also gehen wir jetzt nochmal hier hinter, um zu dem Turm zu gelangen. natürlich jeden einzelnen Bildschirm absuchen, ob ich hier nicht irgendetwas vergessen habe. Hier ist die Spalte. aber der hier sieht jetzt nicht danach aus. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach, genau, jetzt. So. und wieder absuchen. Jetzt mal konnte ich hier die Bäume anklicken, und zwar nur ein Stein. Kann ich was mit dem Turm machen? Nee, nicht anschauen oder so. Nördliche Klippe, ein Stock, südwestliche Klippen, unterhalb des Glockenturms, Stein wieder. Das hier aber auch nur, okay, fünf Wege, nein, vier Wege gibt. Okay, ist schon ein bisschen was. Geh, ich hab zu. Aber zu wenig. Gehen wir mal zur südwestlichen Klippe. Was gibt's denn hier schon? Sind hier nicht die dicken Janen? Sieht nicht so aus. In den Tod stürzen kann ich mir jetzt auch nicht, oder? Irgendwie hab ich in diesen Spielen immer so ein Verlangen nach Suizid. Ich weiß nicht, woher er jetzt kommt. Hier gibt's auch nicht mehr als Stein und Stock. Stock und Stein. Hmm, nördliche Klippe. Das haben wir ja auch noch nie gesehen. Und hier ist auch der eingeschlagene Pfosten im Spalt. Hey du, hör mal zu, hör mal zu. Was gibt's? Ich brauche meine Pilze. Für meine Experimente. Pilze? Ich... Premiere erste paar Sekunden vom Video jetzt schon gehört, bevor es überhaupt hochgeladen ist. Nein. Das Video kommt, äh, das Way4Bates kommt das später. Egal, ihr habt's nochmal gehört. Falls ich mich rausgeschnitten habe. Also, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Boris Gebüsch. Ja. Ähm, äh, hier gibt's auch nix. Ich will nochmal zum eingeschlagenen Pfosten. Ja. Hm. Ein Weg, der wahrscheinlich total unnötig ist. Wir gehen hier hin, berücken den Pfosten. Ich krieg ihn nicht raus. Kriegen raus, dass wir ihn nicht rauskriegen. Wortwitz. Ähm, und gehen dann wieder, oder? Ich krieg ihn nicht raus. Ich krieg ihn nicht raus. Wird schwierig werden, da hinzukommen. Dafür brauchen wir ja die Trümpfe. Mit einem Stock funktioniert das Ganze auch nicht. Mit einem Stein auch nicht. Und mit Wasser schon gar nicht. Also gehen wir wieder. Hm. Hier hinten gab's nix. Das bedeutet, wir gehen jetzt nochmal zum Glockenturm hoch, oder unterhalb des Glockenturms, und gehen zur östlichen Klippe. Stöcke. Stöcke. Steine. Und sogar noch mehr Steine. Ja. Ansonsten überhaupt nichts. Schön. Gehen wir nochmal zum Glockenturm. Und diesmal wirklich zum Glockenturm. Gibt's hier außen noch irgendetwas, das sich anklicken könnte, womit ich interagieren könnte, oder sonst irgendetwas? Ähm. Nein. Dann gehen wir jetzt wieder rein. Wo es endlich sicher ist, vor dem Regen. So. Hier gibt's auch nicht allzu viel anzuklicken. Nicht mal den Stein können wir noch anklicken. Wir können nur das trockene Gebüsch noch anklicken. Sonst überhaupt nichts. Es ist alles nur die Tür, der Ausgang. Schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich hier die Glocke läuten könnte, alle einschlafen, und ich dann ins Haus von der Frau kann. Ha! Aber anscheinend nicht. Hm. Hier geht ein Seil hoch, und hier geht ein Seil hoch. Das bedeutet, als die Tür zu war, war der Stein oben. Und jetzt ist er weiter unten, weil die Tür offen ist. Die Tür ist aber nicht ganz offen. Kann ich da noch mehr Steine drauflegen? Oder hier? Dass das irgendwie sich verändert oder so? Oder kann ich das erst später, wenn ich das hier abgefackelt habe? Können wir uns das nochmal an. Alles voller Dornen. Tja. Nein. Nein. Und... Nochmal nein. Tja, dann... ...gehen wir doch einfach nochmal. Hm. Was kann man da denn nur machen? Jetzt gibt's ja immer weniger Orte, wo wir hingehen können. Das ist jetzt nur noch der nördliche Inselrand und dieser komische Strand, wo man nichts machen kann. Hier gibt's auch nichts anzuklicken. Mit dem Typen will er, glaube ich, auch nicht reden. Das wählen wir gleich nochmal aus. Aber anzuklicken gibt's hier überhaupt nichts. Hier war irgendwas. Ne, das waren nur meine Items. Hier gibt's hier den nördlichen Strand. Irgendwo anders runterklicken kann ich nicht. Irgendwie noch einfach nochmal. Was betrachten Sie denn da? Die Vögel auf den Klippen. Beneiden Sie sie um ihre Freiheit? Nein, ehrlich gesagt denke ich drüber nach, wie ich einen fangen kann. Und wozu, um Himmels Willen? Ein echter Kerl ist nun mal von Natur aus ein Jäger. Aber doch nur, um zu überleben. Verdammt. Hör mir doch mit diesem romantischen Gesülze auf. Oh, sie... Leck mich doch, Alter. Ich hab eh keine Lust mehr, mit dir zu reden. Das Ganze haben wir schon gehört. Das da drunter auch. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Mit den Leuten kann ich ja mit meinen Objekten nicht interagieren. Das hab ich ja das letzte Mal schon mehrfach probiert. Nehmen wir jetzt nochmal zum Strand drunter. Unsere letzte Hoffnung. Komm schon. Bitte. Irgendwo muss doch was sein, wie ich das Rätsel lösen kann. Bitte. Steine. Das ist alles das einzige, was ihr mir hier geht, sind Steine. Warum gibt's diesen Screen hier überhaupt? Einfach, dass es möglichen Stand gibt, oder was? Die sind nur Steine. Wollte ich mich jetzt verarschen, oder was? Kann ich hier irgendwie weiterlaufen, oder was? Das ist der einzige Ort, der mich ertränken kann, oder? Das wäre schön. Komm schon. Ich kann hier nichts machen. Kannst dich nur rumdrehen, was? Ja, anscheinend kann man hier auch nicht viel machen. Gehen wir mal wieder. Hm. Entschuldigt, wenn ich jetzt hier ein bisschen leiser bin. Aber ich muss echt nachdenken, wie dies jetzt ist. Wahrscheinlich habt ihr das eh alle schon längst gelöst, schon vor sechs Parts oder so. Okay, das Ganze ist ja jetzt erst zwei Parts sehr lang, aber ja, ihr versteht schon. Und, ähm, denkt euch, Alter, wie dumm ist der Typ eigentlich? Ja, so dumm bin ich. Ja, das erfasst. Tja. Ich bin zu blöd dafür. Ich geh mal da weg. Ich glaub, da ist was aufgeboten. Da ist irgendwie so, ja, jetzt seh ich wahrscheinlich schon ein Gespenster oder so. Irgendwas ist da auf dem Boden geschrieben. Das hat mir selbst was zu bedeuten, ja. Das glaub ich, ja. Dass ich hier auch alles nur einmal anklicken kann, ist doch scheiße. Voll blöd. Verdammt.